hallo und herzlich willkommen zu woche nummer 8 unserer wunschbohne man sieht dass die blätter hier vorne langsam herauskommen und es hat sich in der woche einiges getan das möchte ich einfach ein bisschen zusammenfassend zeigen was am anfang wirklich ganz langsam begonnen hat also wenn ihr das auch macht seid nicht nervös wenn am anfang quasi in den ersten zwei wochen fast gar nichts passiert wenn dann was passiert geht das irgendwie irre schnell man sieht dann auch nach ein paar tagen in dieser woche nummer 8 hat sich das gleich hat sich die bohne richtig geteilt und die blätter sind immer mehr und mehr zu sehen ich bin schon irre gespannt wann der name verblassen wird also unser wunsch wenn ihr selber eine bohne genommen habt und sie beschriftet habt kann es natürlich sein dass der name gar nicht zu sehen war oder schnell weg war das macht aber nichts dann könnte das ja wirklich daran festmachen ob eure bohne bis sie halt wachst und wächst und sprießt dass dann euer wunsch in erfüllung geht aber hier finde ich sehr spannend weil der frieden ja wirklich immer noch sehr sehr gut lesbar ist und ja wie lange das dauert bis sich auch der frieden bei mir einstellt und der wunsch erfüllt das bleibt vorerst einmal spannend ja ich habe sie in einem sehr sonnigen ort stehen ich gieße sie wahrscheinlich zu viel ja das ist auf jeden fall der aktuelle stand der dinge von woche nummer 8 alles liebe bleibt gesund und bis zu einer neuen folge tschüss